Hallo zusammen, Salberto, hier ist es Freitagabend, 17.34 Uhr. Na, das war doch mal ein sehr versöhnlicher Wochenausklang, muss ich sagen. Überhaupt die ganze Woche war eigentlich ganz interessant, hat Spaß gemacht. Was haben wir hier? Vor euch liegt der DAX. Grundsätzlich, ich bleibe dabei, das ist ein Rotationsmarkt. Mir ist das aufgefallen und ich habe es so gehandelt bei so Sachen wie VW. Das hatte ich, glaube ich, am Mittwoch oder am Dienstag erwähnt. VW zum Beispiel von 120 oder 120,5 hoch auf jetzt gerade eben 100, fast 35. Da steigt die Aktie dann halt ihre 14 Euro, aber die Optionen, die machen über 100. Und das macht Spaß. Das ist einfach cool. Das war ein, bei mir war das so in VW, in BASF, das war auch in Sixt so. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, ich brauche nicht immer den DAX, aber ihr wollt ihn hören, ihr kriegt ihn auch. Und der sieht folgendermaßen aus. Das hier war Dienstag. Und wir hatten am Folgetag, am Mittwoch, hatten wir nur diesen kleinen Doji. Da haben wir ein bisschen auch gerätselt, sollen wir den ernst nehmen oder nicht. Ich persönlich nehme diese Dojis nicht ernst, nur wenn sie an Extrempunkten sind. Hier unten zum Beispiel, da hätte ich ihn genommen. Es war auffallend, dass das untere Band eingeknickt ist. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen. Wir haben uns dann aufgemacht und haben fast punktgenau auf der 20-Tage-Linie heute aufgesetzt. Sie ist bei 13.034. Und die fällt noch, am Montag fällt die weiter. Das heißt, mit der spielen wir momentan. Ganz, ganz viele Werte haben sich da aufgemacht. Manche haben sie leicht überboten, zum Beispiel eine SAP ist leicht drüber. Und BASF ist dran, Conti ist dran. MTU, das muss ich euch zeigen. MTU. Das ist ja auch so eine Sache, da fällt mir da manchmal echt vom Glauben ab. Wo sind sie denn hier? MTU. Die wollte am Dienstag keine haben. Von 175 runter aufs 160. Erinnert euch mal an die Adidas, die ich euch gezeigt habe. Das ist genau das Gleiche. Zack, sind sie über der 20-Tage-Linie und handeln bei 175 wieder. Also das ist schon, daran müsst ihr euch einfach gewöhnen. Das wird passieren. Und ist halt so. Die Banken sind sehr schön gelaufen. Allen voran heute jetzt mal die Commerzbank. Das hat richtig Spaß gemacht. Die waren bei 5,75. Kein Mensch wollte sie haben. Alles pleite. Und Moody's ruft zurück und und und. Ja, und jetzt sind sie 6,40. I like. Zurück zum DAX. Also wie gesagt, viele Werte und der DAX haben die den Kontakt zu 20-Tage-Linie aufgenommen. Ich habe als oberen Punkt, als Make-or-Break-Line, habe ich diesen hier. Ja, einmal, zweimal, dreimal. Da sind wir bei 13.372. Nehmt es nicht auf den Punkt genau. Das verbindet sich am Montag mit eben diesem Trendkanal hier. Also das ist für mich die obere Linie. Am Montag wird auch das obere Band noch ein bisschen runterkommen. Das müsste dann sein, so hier ungefähr bei 13.500. Also schon noch ein bisschen weiter weg. Aber das ist für mich die obere Make-or-Break-Line. Und das ist hier ganz offensichtlich. Das kommt jetzt durch den Doppelboden, den wir haben. Und der etabliert sich gerade richtig hier bei 12.400. Etabliert sich richtig heißt für mich, am nächsten Tag nach diesem Kursverstellerlauf hier, ich mache mal das Fadenkreuz raus, gab es halt nur diesen kleinen Doji. Da hätte ich noch nicht so viel drauf gegeben. Dadurch, dass diese Kerze heute hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück überboten hat und auch dieses Gap geschlossen hat, ist es sicherer hier. Dennoch, man muss nur NTV schauen. Jetzt nicht wegen dem armen Herrn AB, aber auch das, was Putin da für Sprüche loslässt, das ist echt verrückt. Und da kann nach wie vor was kommen. Also noch schlimmer, als es eh schon ist. Von daher, ich bin trotzdem nicht groß. Ich hatte am Mittwoch, habe ich die Position bis zu 22 Prozent ausgefahren. Das hatte ich auch dann gesagt. Ich habe es jetzt heute reduziert wieder auf ungefähr 13. Ich möchte über das Wochenende nicht langsam. Ich glaube, ich kann am Montag, wenn ich was machen will, immer noch reingehen. Hier ist echt Geduld gefragt. Und nach wie vor, es gibt ganz gute Signale auch und insbesondere in einzelnen Aktien. Von den Bändern her, die gehen leicht zusammen. Wir hatten oben gesagt, das obere, jetzt muss ich das leider wieder reinholen, das Fadenkreuz. Das obere ist im Moment bei 13.578 und wird so sein bei 13.500 am Montag. Wir werden positiv über das MACD. Lang, kurz, kurz und heute nochmal hier sogar ins Plus gedreht. Selbst die traditionelle Sichtbarkeit ist leicht positiv. Und wir sind positiv über den Oszillator. Also von daher muss ich sagen, das sieht grundsätzlich ganz gut aus. Es gibt diesen charttechnischen Widerstand hier bei der 13.000... War das das Falsche? Die hier, 13.370, 80. Den gibt es und den muss man ernst nehmen. Aber ansonsten finde ich, ich habe den Eindruck, die Leute haben genug von schlechten Nachrichten. Sagt dem Motto, wir wissen es jetzt und und und. Allein heute die Bekanntgabe, dass Kanada diese Gasturbine freigibt. Das waren ja gleich mal, ich weiß nicht, innerhalb von einer Viertelstunde waren das ja 150 Punkte oder sowas. Also der Markt ist auch anfällig für positive Nachrichten. Das finde ich gut. Ich rede nach wie vor nicht von einem Trendwechsel hier oben hin, sondern erstmal eine Beruhigung hier unten, einen Boden finden und mal wieder ein bisschen Höhe ausloten. Ich habe euch folgende Scheine mitgebracht. Und zwar, ich muss ein bisschen tiefer gehen. 12.346, da sind wir hier, wo ist er denn? 346, da sind wir noch unterhalb von dem Dienstags-Low. Da drunter. Das ist dieser Schein hier mit dem Hebel, momentan von 19,7. Der müsste ein bisschen runtergegangen sein, wahrscheinlich 19,2. Das ist die, eine sehr schöne Kennnummer. GX33XU. Gefällt mir gut. Den kann man auch jetzt noch nehmen. Ich glaube schon, dass wir das bis nach oben ausloten. Aber er liegt halt auch hier drunter und hat deswegen genügend Platz. Ich müsste mich stoppen aus diesem Schein. Wenn wir unter diese Kerze hier gehen vom Donnerstag, und da ist das die 12.693, da müsste ich mich ausstoppen. Aber ich finde, das kann man probieren. Als Put habe ich einen genommen, der ein bisschen weiter leckt, 13.915, da sind wir hier oben. Wie gesagt, ich rechne damit, dass wir hier rangehen. Ich sehe allerdings da auch ein paar Schwierigkeiten auf uns zukommen, weil das sind dann auch schon wieder 1.000 Punkte hier, wenn wir bis zu 13.380 gehen. 13.915 ist im Moment ein 14er Hebel. Und das ist die Kennnummer GX8SLT. Also ich finde es nach wie vor sagenhaft spannend. Ich finde, das macht richtig Spaß. Nicht nur im Daytrading, sondern auch im Handel über den Tag jetzt hinaus. Wenn man mal den Dachs vielleicht auch mal außen vor lässt oder vielleicht keine Lust hat. Es gibt immer in den einzelnen Werten Momente, wo man ganz gut liegen kann. Das möchte ich sagen Geheimnis, aber einer der Tricks dabei ist, nicht zu groß gleich reinzugehen. Das sage ich immer wieder. Dann als letztes noch, nächsten Freitag wird es keinen Film geben. Irgendwann am Mittwoch sowieso. Und vielleicht auch am Dienstag oder am Donnerstag noch einen anderen. Aber am Freitag nicht. Das hatte ich gesagt. Das mache ich am Pörsentag München mit den Leuten, die dann da um 14.20 Uhr, das glaube ich, in den Raum kommen. Das mache ich mit denen dann zusammen. Das ist halt die kleine Belohnung, dass sie kommen. In diesem Sinne, ab in die Rinde. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.